Hallo und herzlich willkommen zu unserem YouTube Kanal. Heute haben wir wieder ein Unboxing zu sehen und zwar haben wir die Star Wars Legion Erweiterung Darth Vader Agent. Die machen wir jetzt mal gemeinsam aus und schauen uns jetzt gleich mal gemeinsam den Inhalt der neuen Erweiterung an bzw. diese Erweiterung an. War ja auch lange nicht lieferbar, eben wegen Corona. Wir schauen uns den Inhalt jetzt gemeinsam mal an. Hier haben wir einmal Darth Vader zum Zusammenbauen. Wahrscheinlich sollte man den mit Sekundenkleber kleben, nicht im Gussrahmen wie man sieht. Nur ein paar Teile aufeinander stecken. Sollte eigentlich relativ schnell erledigt sein. Natürlich eine Base, dann eine kleine Zusammenbauanleitung ist dabei und dann schauen wir uns mal die zugehörigen Karten an, die dabei sind. Auf die Seite sind die üblichen Marker, Aktivierungsmarker, Niederhaltenmarker und Sonstiges. Fangen wir doch mal mit der Einheitenkarte selbst an und zwar gibt es hier Darth Vader. 170 Punkte kostet er. Drei Aufwertungsmöglichkeiten gibt es. Einmal hat er Vaders Lichtschwert im Nahkampf. Wucht drei, Durchschlagen drei, dann den Machtwurf, Explosion und Versprengen mit zwei schwarzen Würfeln. Waders Lichtschwert hat übrigens im Nahkampf fünf rote Würfel. Ist eine Einheit, nur Vader selbst. Rote Verteidigungswürfel, sechs Leben, drei Niederhalten und eins Bewegung. Folgende Fähigkeiten hat Vader. Ablenken, Immunität durchschlagen, jede Jäger Meister der Macht, unerbittlich die Sporen geben. Das ist die Karte von Vader. Schauen wir uns mal an, welche Ausrüstungskarten dabei sind. Einmal Furcht, die kennen wir auch aus der Grundbox. Machtführung ist eine neue Karte. Wähle bis zu zwei befreundete Einheiten in Reichweite 1 bis 2. Jede gewählte Einheit erhält einen Energiemarker. Durchhaltevermögen. Am Ende der Aktivierungsphase darfst du einen Niederhaltenmarker entfernen. Und hartnäckig, solange du einen Nahkampfangriff durchführst, füge einen roten Angriffshürfel zu deinem Angriffspool hinzu, falls du verwundet bist oder falls ein oder mehrere deiner Minitouren bereits besiegt worden sind. Gut, dann haben wir noch die Kommandokarten von Darth Vader. Und zwar einmal Vaders Macht. Da darf man nur Darth Vader aktivieren. Einen Punkt. Wähle eine andere nicht, also hier Fahrzeugeinheit, in Reichweite 1 und platziere jene Einheit auf dem Schlachtfeld innerhalb Reichweite 1 und Höhe 1 zu ihrer aktuellen Position. Dann, falls es sich um eine feindliche Einheit handelt, wirft für jede Miniatur in der Einheit ein weißen Verteidigungswürfel. Jede Einheit erleidet eine Wunde für jedes Verteidigungssymbol oder Wandelsymbol. Furcht und Tote. Solange Darth Vader ablenken verwendet, erleidet der Angreifer hier jedes Leerseitenergebnis eine Wunde, anstatt für jedes Wandelsymbolergebnis. Sobald eine feindliche Einheit in Reichweite 1 bis 2 und in Sichtlinie von Darth Vader aktiviert wird, erhält Darth Vader einen Ausweichmarker. Und dann hier in Dunkelheit versinken für 3. Sobald Darth Vader ein Befehl erteilt worden ist, erhält er 2 Energiemarker. Diese Karte darf zu Beginn des Schrittseinheiten aufstellen, aufgedeckt werden. Falls dies geschieht, muss sie während Runde 1 ausgewählt werden. Darth Vader erhält Infiltration und Auskundschaften 1 und er muss am Ende des Spielaufbaus aufgestellt werden. Das ist jetzt die Erweiterung für Star Wars Legion. Die Erweiterung hat euch gezeigt, was man mit dieser Erweiterung bekommt. Vielleicht habt ihr Spaß dran, Freude dran. Genau. Dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Video wieder. Wir hören uns. Servus!